Solltet ihr zum neuen Apple iPad Pro 2020 greifen oder reicht die ältere 2018 Generation? Auf dem Papier hat sich nicht ganz so viel geändert, aber es gibt einige wichtige Neuerungen. Nun, ich bin Andrzej für tabletblog.de und ich habe die beiden Tablets innerhalb der letzten beiden Wochen sehr im Detail miteinander verglichen. Hier sind meine Ergebnisse. Beide iPad Pros sind sich sehr ähnlich. Schauen wir uns erstmal die Gemeinsamkeiten an. Die beginnen mit dem Design. Die Abmessungen haben sich nicht geändert und das iPad Pro 2020 ist weiterhin nur 5,9 mm dünn. Wenn wir ganz genau sind, ist es mit 471 Gramm aber genau 3 Gramm schwerer als die 468 Gramm des Vorgängers, aber das wird ja keiner merken. Ihr könnt beim Kauf zwischen Silber und Space Grau wählen. Dieses Jahr habe ich mich für das Dunkleren entschieden, sodass ihr beide direkt nebeneinander sehen könnt. Die vier Lautsprecher sind ebenfalls die gleichen und das gilt sowohl für den USB-C-Port als auch für den fehlenden Kopfhöreranschluss. Oben sitzt ein Einschaltknopf und an der Seite sitzen die Lautstärkeregler. Genau gleich sind auch die beiden 11 Zoll Displays und das trifft auch auf die 12,9 Zoll Version zu. Alle haben eine Pixeldichte von 264 ppi und sind jeweils bis zu 600 nits hell. Sie unterstützen Apples ProMotion-Technologie und das bedeutet, dass die Bildwiderungsrate bei bis zu 120 Hz liegen kann. Das 2018 und 2020 iPad Pro unterstützen genau den gleichen Apple Pencil der zweiten Generation. Hier hat sich nichts geändert. Ein weiteres Feature, das die Pro Tablets vom iPad Air und Mini unterscheiden, sind die 7 Megapixel Frontkamera und Face ID. Beides bis hin zur Geschwindigkeit der Gesichtserkennung sind gleich geblieben. Selfies und Videos der Frontkamera schauen ebenfalls gleich aus. Auch wenn ihr euch für die 2020 Edition wegen der Trackpad-Unterstützung interessiert, das müsst ihr nicht. Alle aktuellen iPads mit iPadOS 13.4 unterstützen, Touchpads und auch die zusätzlichen Features für die Maus. Also dafür braucht ihr nicht die neue Version. Gut, dann kommen wir doch mal zu den Unterschieden. Während im alten iPad Pro ein sehr schneller Apple A12X Prozessor sitzt, bekommen wir mit dem neuen den A12Z. Dieser ist tatsächlich etwas leistungsstärker, aber wirklich nur etwas und das liegt an einem achten Grafikkern, der offenbar bei dem A12Z aktiviert wurde. Abgesehen davon sind es anscheinend die gleichen Chips. Da Apple keine Details verrät, wissen wir es aber nicht ganz genau. Nun, in meinem Geekbench 5 Benchmark-Vergleich könnt ihr sehen, dass die Grafikleistung des iPad Pro 2020 tatsächlich etwas besser ist. Real ist es aber sehr schwer, einen echten Unterschied zu merken. Selbst bei sehr anspruchsvollen Spielen wie Fortnite oder PUBG Mobile habe ich keine Unterschiede gemerkt. Bei beiden läuft Fortnite mit epischer Grafikeinstellung und sieht genau gleich aus. Nun, beim Rendern von Videos mit Adobe Premiere Rush konnte ich einen kleinen Unterschied messen. Ich habe auf beiden iPads ein fast 10 Minuten langes 4K-Video gerendert und dabei war das 2020er iPad genau 10 Sekunden schneller. Bedenkt aber, dass die Renderzeit jeweils bei über 4 Minuten liegt. Diese 10 Sekunden sind also kaum relevant. Der Arbeitsspeicher kann je nach Anwendung auch die Leistung beeinflussen. Während alle 2020 iPad Pros 6 GB RAM haben, war das bei der 2018er Generation nur bei den 1 TB Modellen der Fall. Die anderen haben 4 GB RAM, so auch das Modell das ich habe. Ich habe versucht das zu testen, aber keine wirklichen Ergebnisse bekommen. iPadOS ist beim Arbeitsspeichermanagement sowieso sehr gut. Ein Punkt, der ganz klar für das neue Tablet spricht, ist der zusätzliche Speicher des Einsteigermodells. Die günstigste Version hat nun 128 GB Speicher anstelle 64 GB des Vorgängers. Das ist super, doch die anderen Speicheroptionen haben sich nicht geändert. Ihr könnt auch 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicher wählen. Für einige kann das neue WLAN 6 spannend sein, das die neuen Tablets unterstützen. So richtig konnte ich das aber nicht testen, da ich gerade auf dem Land in Norddeutschland bin und das Internet ist nur bedingt brauchbar. Bei den Kameras auf der Rückseite hat Apple mehr verbessert, so viel auch nicht, aber schon etwas. Die Hauptkameras haben jeweils eine Auflösung von 12 Megapixel und die Foto- und Videokalität ist identisch. Neu ist aber die 10 Megapixel-Weitwinkelkamera der 2020er Version. Hier ist die Qualität nicht ganz so gut wie bei der Hauptkamera, aber gut genug. Und wenn ihr die Kameras eures iPads benutzt, ist es auf jeden Fall ein sehr schönes zusätzliches Feature. Der LiDAR-Sensor ist ein weiteres Feature der neuen Version. Es ist ein Tiefensensor, der Augmented Reality-Anwendungen verbessern soll. Ich habe das mit der Messen-App und der Ikea-App ausprobiert. Naja, es funktioniert wohl, aber ein richtig spannendes Feature ist es bisher für mich nicht. Ich denke, der LiDAR-Sensor ist derzeit fast nur für Entwickler interessant. Wenn ihr gerade an vielen Video-Chats teilnehmt, können für euch aber die neuen Studio-Mikrofone interessant sein. Klar, ein echter Studio-Mikrofon liefert bessere Tonqualität, aber für ein Tablet hören sich die Mikrofone des 2020er Modells sehr gut und etwas besser als vom 2018er iPad an. Werfen wir einen Blick auf die Smart Keyboard-Folios, also die offiziellen Tastaturhüllen von Apple. Hier hat sich nicht viel geändert, sondern nur ein bisschen. Die neue Hülle ist dunkler, es ist ein tieferes Schwarz. Außerdem sitzt auf der Rückseite ein Apple-Logo, das beim Vorgänger fehlt. Und klar, es ist nur Platz für das größere Kameramodul. Ihr könnt die Tastaturhüllen untereinander austauschen. Das alte iPad Pro kann man mit der neuen Tastatur benutzen und das neue Tablet mit der alten Hülle. Im ersten Fall ist der Platz für die Kamera natürlich zu groß, aber das macht ja nichts. Und wenn ihr das alte Cover mit dem neuen Tablet benutzt, sitzt die Rückseite nicht perfekt. Ideal ist das zwar nicht, aber es funktioniert. Laut Apple hält der Akku aller iPad Pro Tablets bis zu 10 Stunden. Hier gibt es aber ein paar Unterschiede. Während im alten ein 29,37 Wattstunden Akku steckte, hat das neuere einen etwas kleineren 28,65 Wattstunden Akku. Das hört sich nach einem sehr kleinen Unterschied an und das ist es auch. Doch tatsächlich war der Akku des neuen in meinem Standardtest mit 14 Stunden deutlich schneller leer als der des alten mit 18 Stunden. Für diesen Test hat sich immer genau das gleiche HD Video bei mittlerer Helligkeit und eingeschaltetem WLAN in einer Endflussschleife laufen. Diese Tests sind nicht ganz perfekt, doch da wir hier tatsächlich das gleiche Display haben, ist es hier durchaus ein guter Test. Nun, ich glaube nicht, dass der kleinere Akku alleine für den großen Unterschied verantwortlich ist. Ein weiterer Grund könnte der nun aktivierte 8. Grafikchips sein. Auf dem 2020 iPad läuft auch neuere Software und das kann auch einen Einfluss haben. Außerdem habe ich beide iPads auf unterschiedlichen Kontinenten und somit auch in unterschiedlichen Räumen getestet und die WLAN-Stärke hat auch einen Einfluss. Es macht keinen Sinn, dass ich die Akkulaufzeit meines 2018 der iPad Pros jetzt nochmal mit neuerer Software und so teste, denn ich habe es bereits über ein Jahr lang intensiv genutzt. Gut, das ist das Ende meines Vergleichs zwischen dem iPad Pro 2020 und dem iPad Pro 2018. Ihr habt es gesehen, die Unterschiede sind wirklich minimal. Für die meisten macht es keinen Sinn zu upgraden, wenn ihr bereits ein vorheriges iPad Pro habt. Und wer etwas Geld sparen möchte, bekommt mit einem gebrauchten iPad Pro 2018 fast genau die gleichen Funktionen und auch sonst werden einige Shops nun wieder Angebote für das 2018er Modell haben. Wenn ihr hingegen den Vorgänger nicht hattet und kein Gebrauchtes kaufen möchtet, dann macht es natürlich Sinn, zum neuen iPad Pro zu greifen. Es hat ja schon einige Verbesserungen. Am interessantesten sind die 6 GB RAM und dass das Einsteigermodell nun 128 GB Speicher hat. Die Preise haben sich nicht geändert. Gut, das war mein Vergleich vom iPad Pro 2020 mit dem iPad Pro 2018. Wenn ihr noch welche Fragen habt, dann schreibt mir da unten in die Kommentare und abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich teste so ziemlich jedes Tablet, das in Deutschland erscheint. Ich bin Hans-Jahy für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.